Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu meiner neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Ich habe gerade vier Versuche gehabt. Alle nur in den 60 Sekunden und alle verkackt, weil ich irgendwas vergessen habe oder kurz vor dem Bunker, also kurz vor der Zeit ablaufen. Ähm, nicht mehr rechtzeitig im Bunker, war so. Ah! So, jetzt aber. Hier habe ich die Taschenlampe. Taschenlampe mitnehmen. Das Gewehr ist auf der anderen Seite, okay. Okay, zu viele Sachen. Nehme ich das Buch noch mit. Und trinken. Alles klar. Gasmaske, trinken. In den Bunker, schnell Stopp machen, genau. Mary Jane und Essen. Reinschmeißen. Hier haben wir das Medikit. Trinken und Spray. Ich habe das Radio noch nicht, okay. Karte. Karte. Radio. Da hinten ist das Gewehr. Das kann ich sogar noch mitnehmen, okay. Sehr geil. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles Wichtige. Essen. Essen. Trinken. 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 Reihen. Koffer. Oh, ich war noch rechtzeitig da. Not even close. Not even close. Meine Haare, ey. Okay, komm. Okay. Ich habe alles. Alles Wichtige. Okay, gut. Der Run ist super. Beginnt schön. Beginnt sehr schön. Denn ich habe endlich wieder alles. Okay, uns fehlt die Axt. Die Axt wäre vielleicht nur eine ganz geile Sache gewesen. Aber wir haben zwei Sachen, um uns zu verteidigen. Und, ja. Super. Sehr schön. Wir schicken Mary Jane auf eine Expedition. Hören Radio. Geht's kaputt? Nein, tut's nicht. Schade. Schade, schade. Bald was trinken? Ja, krieg's sie bald. So. Und ich hoffe, diesmal funktioniert es. Ich will dieses verdammte Achievement haben. Es war am letzten... Was? So knapp. So knapp. Ach, mega unlucky. Ähm. Wir retten das Medikit. Das Medikit ist am wichtigsten. Würde ich mal sagen. Radio und Buch kann gern verloren gehen. Aber das Medikit ist sehr wichtig. Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Ein Erdbeben wäre halt noch ganz geil. Damit die Taschenlampe kaputt geht. Das wäre super. Das wäre super. Super, 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 super. Kann man die sonst auch anders kaputt kriegen? Ich weiß nicht, ob man die Taschenlampe auch anders kaputt kriegen kann. Ja, wir gucken mit der Taschenlampe hin. Wir versuchen Pancake mal zu bekommen. Okay. Alter. Das ist sehr gut. Nein, nicht beide. Nicht beide. Nicht beide. Wir haben sehr gut was an Sachen bekommen. Das ist sehr schön. Äh, nein. Machen wir nicht. In der Hoffnung... ...dass die beiden verrückt werden und die Karte zerstören. Das wäre super. So, etwas... Okay. Wir müssen ja noch ein bisschen essen. Wir schicken keinen raus. Nein, mit dem machen wir... Nein, da machen wir nichts. Wir verschwenden dafür nicht unsere... ...unser Gewehr. Haben wir Essen verloren? Ne, ne? Doch, eine... Okay. Das ist okay. Das kann ich... Das kann ich vertragen. Das kann ich vertragen. Ja, wir gucken in der Telefonzelle nach. Oder bei der Telefonzelle nach. Okay, wie es aussieht... War es gut? Ja, es waren die Zwillinge. Okay. Alles gut. Okay. Komm, bitte Erdbeben. Ich muss diese Taschenlampe kaputt kriegen. Das ist halt das einzige Problem, was ich habe. Ich weiß nicht, wie ich sie sonst kaputt kriege. Huh. Überall, wo ich die Taschenlampe jetzt nutzen kann, werde ich die Taschenlampe nutzen. Ähm... Ja gut, wir nutzen mal einmal... ...Suppe. Wenn Mary-Jen sich erholt hat, können wir sie auch einmal auf eine Erkundungstour schicken. Wir können sie ja mit dem Medikit... Oh, nein. Das wäre dumm, weil das bräuchten wir für Pancake. Fällt mir gerade ein. Das brauchen wir für Pancake. Okay. Pancake würde ich ja doch schon ganz gerne haben. Da er uns halt auch einmal vor den... ...anderen Leuten da... ...beschützt. Deswegen... ...wäre das schon ganz geil. Eine Geheimtür. Wir gucken rein. Schade, sie ist nicht kaputt. Mann. Och, nee. Wir haben neues Radio bekommen. Was? Aber das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt unlucky. Das wollte ich gar nicht. Manu. Manu. Okay, egal. Wird schon irgendwie... ...noch kaputt gehen. Ja, wir geben denen. Wasser? Haben wir irgendwas bekommen? Ne, haben wir noch nicht. Aber die kommen bestimmt zurück und geben uns irgendwas. Irgendwas werden sie uns geben. Wir haben leider keine Gasmasken-Vorräte zu holen. Das ist okay. Das ist okay. Mary Jane ist... Okay, Mary Jane geht's wieder gut. Das ist super. Allerdings. Karte geht kaputt. Komm. Karte geht kaputt. Karte geht kaputt. Karte geht kaputt. Karte ist nicht kaputt. Mann. Das ist dumm. Karte geht kaputt. Ah, okay. Schade. Ja, klar. Okay. Wollen wir was zu trinken? Haben wir einen Morgen für sie? Wir hören Radio. Schade, es ist noch heile. Schade. Tätert Hungere. Dann kriegt er etwas zu essen. Wir hören Radio. Komm, geh kaputt. Nein, es ist nicht kaputt. Manu. Alles gut. Alles gut. Okay. Hm, noch mehr Radio hören. Alter. Kannst du jetzt mal kaputt gehen, Radio? Du bist doch ein bisschen überlastet, oder? Ein bisschen überlastet bist du doch schon. Kannst du ruhig kaputt gehen, meinetwegen. Ah, dass wir das neue Radio gefunden haben, ist ja dumm. Aber durch das Erdbeben, dann können wir... Durch das Erdbeben können wir dann beides wieder kaputt machen. Also Radio und Taschenlampe. Also ist das okay, würde ich sagen. Gott, sie muss auch irgendwie kaputt gehen. Ich weiß nur nicht, wie ich das kaputt machen soll. Pancake, ja. Ich bin auch gerade am überlegen. Noch kann er uns ja keine Taschenlampe oder so mitbringen. Wenn er eine Gasmaske mitbringt, ist es okay. Das heißt, falls Pancake raus will, schicken wir ihn auch raus. Dann kann er uns nämlich noch ein bisschen Essen und Trinken mitbringen. Falls uns eine Gasmaske mitbringen, können wir Mary Jane oder Ted auf eine Expedition schicken. Wodurch die Gasmaske wieder kaputt gehen könnte und wir wieder einiges an Essen und Trinken bekommen könnten. Also von daher ist alles noch gut. Würde ich mal meinen. Mary Jane ist verdreckt, okay. Ah, Mann. Kommt schon irgendwas Cooles, was uns Essen und Trinken gibt am besten. Und was die Sachen kaputt macht. Mary Jane ist hungrig, da kriegt sie Essen halt. Ja, draußen war auch eine gefährliche Frau. Zum Glück hat sie keine Munition mehr. Gantische Spinne. Ja? Klar. Munition brauche ich eh nicht. Können noch einen Tag warten mit und trinken. Genau. Äh, nein. Wir spielen nicht. Werdet ruhig verrückt. Ja, Ted ist verrückt. Ted kann die Karte zerkratzen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Kriegen sie trinken. Ted geht nicht raus, weil da ist die Angst zu groß, dass er nicht mehr zurückkommt. Und das waren gerade die Zwillinge, ne? Glaub ich. Genau, die Zwillinge. Okay. Ja, wir können Bancake nach draußen schicken. Er hat uns... Er hat uns... Was hat er uns mitgebracht? Neun Verbandskasten. Das ist okay. Das ist super. Äh. Achso, Ted braucht Essen. Genau. Schicken wir Mary Jane raus? Ne, falls die Zwillinge ein Dings brauchen. Medikit. Falls die ein Medikit brauchen. Großen Durst. Ja, alles klar. Okay, nein. Wir retten Mary Jane. Wir retten Mary Jane noch. Wir können uns viermal vor den Angriffen von Leutchens wehren. Das sag ich jetzt mal. Wir haben einmal das Schloss. Äh. Nein. Wir haben einmal das Schloss. Wir haben die Waffe. Wir haben Pancake. Und wir haben Mary Jane. Weil er ja zuerst noch Mary Jane entführt wird, bevor sie Ted irgendwie entführen. Deswegen. Äh. Ja, wir gucken. Bei den Senioren vorbei. Die haben locker irgendwas Gutes. Irgendwie viele essen oder so. Oder auch nicht. Oder sie haben gar... Noch? Was ist denn das? Okay. Essen für Mary Jane. Ja, Mary Jane geht hin. Sie ist krank und hat nichts mitgebracht. Doch Munition. Wow. Ah, sie braucht Essen. Muss geheilt werden. Mit dem Heilen warte ich noch. Obwohl, eigentlich müsste ich es so früh wie möglich machen, ne? Ich glaube, wir werden hier nur gerettet. Ohne Witz. Wir haben keine Karte mehr. Das ist sehr gut. Okay. Karte haben wir nicht mehr. Das ist schön. Mal bald etwas trinken. Genau, Mary Jane retten wir. Alles klar. Wir lassen ihn raus. Ich hoffe, er bringt uns keine Karte mit. Okay, wir sollten ihn ab sofort nicht mehr rauslassen. Nicht, dass er uns eine Karte mitbringt. Das wollen wir nicht. Was hat er uns mitgebracht? Nichts. Ist okay. Ist okay. Ja, wir geben ihm Munition. Gibt er uns Essen? Er hat uns eine Dose Essen gegeben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Trinken kriegen sie auch. Genau. Ja, wir geben ihm... Okay, bitte geh kaputt, Taschenlampe. Komm. Ach, komm. Geht sie ohne das Erdbeben überhaupt kaputt? Gut. Ich hab... Ich kann's mir nicht vorstellen. Ja, wir reden mit ihr. Sie darf nicht auch noch verrückt werden. Jetzt können sie wieder normal werden, die beiden. Damit sie... Damit Ted nichts mehr irgendwie... Damit Ted nicht abhaut, wisst ihr? Das wollen wir nämlich nicht. Warum? Ja. 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 Schade. Sie sind nicht kaputt gegangen. Okay. Ja, und zu heute an kriegen sie trinken. Äh... Ähm... Nein. Ich will noch nicht gerettet werden. Das ist das Problem. Wäre natürlich geil gerettet jetzt zu werden. Damit wir schon mal... Das abgeschlossen haben. Das heißt Apokalypse bei Zerbomba, aber... Ich möchte die Sachen noch kaputt kriegen. Es ist immer noch nicht kaputt gegangen. Man hört ja, wenn das Radio kaputt geht. Aber ist es nicht. Trinken und essen. Nein. Okay, Clash of Clans haben sich gerade gemeldet. Nice. Komm Ted, werd wieder normal, Mann. Werd wieder normal. Das ist gerade ein bisschen bad. Ich habe Angst, dass Ted abhaut. Dann ist es vorbei. Äh... 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 Kampf auszufechten. Genau. Äh... Äh... Dann gehen sie gleich noch auf eine Expedition. Bald mal. Damit wir vielleicht ein bisschen Essen und Trinken wiederbekommen. Ist mir egal, ob sie krank wird oder so. Wir brauchen halt echt neue Vorräte. Deswegen... Deswegen... Naja, Mary Jane kann nicht. Haha. Toll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon, Erdbeben, Alter. Ich brauche einen Erdbeben, Mann. Gib mir das fucking Erdbeben. Das ist jetzt Magenknurrt. Irgendwas zu essen. Äh... Nein, wir schenken hier nicht. Ich weiß nicht, ob das dann kaputt geht. Beziehungsweise verloren geht. Das Spray. Aber Mary Jane ist wieder normal geworden. Okay. Benimmt sich nicht normal. Sein Verhalten ist ziemlich beunruhigend. Ja. Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß. Nein, Ben, du gehst nicht raus. Ted, halt durch, Alter. Ted, halt einfach durch. Ähm... Komm, Mary Jane geht mit dem Kopper raus. Ich hoffe, sie bringt was mit, Alter. Ich hoffe, sie bringt viel mit, am besten. Wir haben nämlich bald kaum noch was. Ich habe das Gefühl, Ted wird bald abhauen. Es ist... Dauert nicht mehr lange. Glaube ich. Äh, nee. Können wir nicht machen. Wir haben wenig trinken. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Dün, dün, dün. Dün, dün. Dün, dün. Jetzt wäre Mary Jane. Mutiert. Wir hatten gerade diese grüne Pfütze. Schade. Das wäre es gewesen. Essen, trinken, Medikids, Axt. Ja. Ich weiß auch nicht, wie wir die Leute wieder normal kriegen, wenn wir die verrückt sind. Das ist das Problem. Oh Mann, wir hatten die Karte zerstört. Ich darf Ted erst spät verrückt werden lassen. Wenn wir alles andere zerstört haben, müssen wir... Dann dürfen wir erst Ted verrückt werden lassen. Das ist das Problem. Oh Mann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.